Das sag ich jetzt einfach zu dem. Die Jagd. Oh. Sechs Leute bleiben zurück, um alle zu schützen. Oh, das sind viele. Seltsame Bündnisse. Ich befürchte, dass sich weitere Krieger in den Lagern sammeln. Dann sollten wir sie vielleicht dort angreifen. Stuart, du bleibst mit den Frauen hier. Oh. Ja, ich glaube, hier bin ich am nützlichsten. Nichts. Ähm, ja, besser hier als sonst wo. Ziele. Zerstören sie die Kriegshütten der Shiroki. Ähm, ja. Wir nehmen all die Männer, die wir hier haben. Hier kann ich ja nichts mehr nehmen. Ähm, doch. Schon irgendwie. Leichen kann ich nicht mitnehmen. Schade. Zum Kämpfen meine ich natürlich. Ja, wenn es nicht geht, habe ich bloß so wenig Männer. Ähm, ich glaube es nicht mehr. Ja, dann gehen wir halt weiter. Wie soll ich mit so wenig Männer das schaffen? Hallo? Hm. Alles klar. Ah. Ah, Spezialfähigkeiten sind noch nützlich. Das hier ist also eine Kriegshütte. Hm. Da werden die Leute denn schon ausgebildet? Die Krieger von denen. Kenyon Cay. Jetzt habe ich mir es gemerkt. Ja, klar, durchs Haus durch. Sonst noch Menschen. Ihr bildet jetzt natürlich so viele aus, dass ich nicht mehr mitkomme. mit dem Erfackeln von dem Haus. Habt ihr das bald? Ja, den auch noch. Ja, wir haben so wenige Männer. Wenn da noch welche dann sterben. Naja, es ist einer gestorben. Ja, komm jetzt. Endlich. Ich muss weiter abrennen. Viel hält es nicht mehr aus. Ja, wie viel? Oh, ich war gerade in die Lebensanzeige. Und es hat sich aufgelöst. Das ist doch schön. Jetzt haben wir noch weniger Männer wie vorhin. Hm, gar nicht gut, gar nicht gut. Ob wir das schaffen. Ähm. Oh. Naja, es sind nicht viele immer. Aber wenn die welche ausbilden, dann kommen davon irgendwo welche her. Das ist da nicht gut. Currywurst, ja. Lecker. Ha, wie viel haben wir denn damit zum Stern? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute. Ja, die vier Jäger und unsere zwei Helden. Ach, das wäre. Ja, noch einer. Jetzt aber. Können wir es weiter abfackeln. Ziele ist immer noch nur, das zu stören. Ja, hätten wir auch nicht mehr Männer gebraucht eigentlich. Ja, schon wieder. Was fange ich da an? Mal sehen, ob sie bereit sind, diese Angriffe abzublasen. Aha. Was bringen sie John und Kenyon-Key zum großen Chiriki-Dorf, um einen Frieden auszuhandeln? Zu handeln. Klar, da können wir auch schon einfach so hinmarschieren, ohne dass zu uns angreifen. Ah, Pferde. Die haben wir zurückgelassen, in ihrem winzigen Gehege. Hm. Hätten wir ihn mitnehmen können zum Reiten. Also, ihr versteht. Da sind noch mehr Pferde, aber hier sind keine Bewohner. Was soll das? Irgendetwas stimmt hier nicht, John. Ein Hinterhalt. Das sind britische Schützen. Warum greifen sie ihre eigene Kolonie an? Das erklärt die Kanone der Chiriki. Sie haben sich mit den Briten verbindet. Was für ein Hinterhalt. Ähm. Der war so genial. Findet ein Mitglied der Black-Familie und tötet den Rest. Was? Äh. Sonst? Geht's noch gut? Ich wusste, dass hier sechs Leute nichts bringen. Nein. Sir, britische Fregatten beschießen das vor. Stuart braucht ihre Hilfe. Reite zurück und sage, Stuart, dass wir tun, was wir können. Wir haben unsere eigenen Probleme hier. Ja, Sir. Ah, ja, okay. Mein Gott! Britische Truppen! Hier! Stuart. Langsam sollten wir uns darüber unterhalten, wo sich der Brunnen befindet. Gute Güte! Warwick. Bringt diesen Planwagen in Sicherheit. Wir können mit ihm ein neues Dorfzentrum aufbauen. Achso, ja. Ja, schön. Ich brauche erstmal natürlich meinen Planwagen. Das Zeug muss dahin. Ja, bauen wir halt doch gleich da auf. Schön geschützt. Gründen sie eine neue Kolonie und schlagen sie die Briten. Primäres Ziel. Ja, ich muss ja wohl neue gründen. Wie gesagt, mit den paar Männern hier, die vernichten. Das geht schlecht. Jetzt kann ich gleich meine Heimatlieferungen anfordern. Die werden einmal aus den Musketen schützen, musketieren. Und dann aus Steinmetze. Und dann, was brauche ich noch? Soweit mal nichts. Naja, okay. Zweit auf die Bewohner gehen noch. Wir sammeln hier gleich mal Nahrung. Bauen uns... Was bauen wir uns? Einen Turm. Ich weiß nicht, ob sie einen Gegenangriff machen. Eine Kassanne. Und noch ein Haus. Ja, nicht genügend Holz. So. Da haben wir gleich noch... Einen. Was haben wir da eigentlich für einen Schatz? 70 Nahrung. Süßkartoffeln. Ey, das war ein Rap. Hört man es an. Okay. Sehr spannend. Turm wird gebaut. Hier wird abgeholzt. Wir haben mehr Sichtradius. Da läuft wer. Hmm, der erkundet, wo die alles ist. Dö. Besser wird es noch kommen, oder? Currywentos. Ike. Jekotentius. Katurats. Ja, komm hier. Mal hier in Bewegung. Solange ich nicht auf die E-Kommer, meine Siedler anzugreifen, das muss mir okay. Ja, ihr erkundet hier einfach mein Lager mal so durch. Ja, ne. Oh, wunderbar. Jetzt kann ich endlich in Ruhe mich etwas aufbauen. Zwei neue Siedler. Ähm. Die müssen Holz hacken. Kommandament? Ja. In der Zeit baue ich mir hier mal ein bisschen so Paladen. Paladen. Ja, Paladen. Einen kleinen Palisadenzaun, dann kommen die nicht mal mehr von da oben. Ja. Kommandament. Ja. Münzen brauchen wir unbedingt. Äh. Gericht. Toll. Keiner baut die Kassane weiter. Musketen schützen. Fordern wir gleich an. Ein paar. Dann bauen wir noch eine Geschützgießerei, wenn ich 300 Holz habe. Forster. Was noch nicht der Fall ist. Gleich mal zwei Siedler wieder anfordern. Forster. Okay. Ready? Evolve. So Palisadenzaun ist ja nicht billig. Aber. Muss ich schon sagen. Äh. Türme nicht. Ja. Neue Einheit. Wunderbar. Kirche brauche ich noch nicht. Magplatz eigentlich auch nicht. Ich brauche eine Geschützgießerei. Und fünf Uhr lahmen. Peile? Wo ist der? Holz. Sie brauchen Holz. Das geht auch Holzverkennen. Ach. Kommandament. Läuft nicht schlecht, ja. Ich will nicht das Spiel verlassen. Auch nicht pausieren. Was steht die da so rum? Kann gleich mal hier mithelfen. Münzen sammeln. Weiterentwickeln. Tun wir das auch. Damit wir schneller Nahrung sammeln. Auf Stufe 3 kommen wir nicht. Da brauche ich so viel Zeug. Das wäre überflüssig. Was haben wir hier? Dorfbewohner sammeln Münzen von Minen schneller. Ah. Holz. Dorfbewohner sammeln Holz schneller. Das ist gut. Kaufen. Ach. Die Unanen sind da. Das ist gut. Ah. Ja. Gleich fertig. Hier mal an der Stelle ein kurzer Schnitt.